Ich habe 20 Jahre lang SPD gewählt, aber dieses Mal weiß ich es wirklich nicht. Ich überlege ernsthaft, die FDP zu wählen. Aus Protest. Wenn die Liberalen als Protest gelten, was ist dann bloß aus dem Mainstream geworden? Vermutlich hätte Lindner es selbst nicht für möglich gehalten, das Zeug zum Revoluzzer zu haben. Die Wahl wird zur Füllmasse lahmender Gespräche. Nicht um intensiv zu diskutieren, sondern um sich in der scheinbaren Ausweglosigkeit zu suhlen. Alles so schlimm. Alles so vorhersehbar. Alles, und natürlich alle, so enttäuschend. Wir lamentierer, so viel ist klar, wir hätten wirklich Besseres verdient. Eine schmissige Kanzlerin, einen feurigen SPD-Kandidaten, charismatische Grüne? Debatten, klug und hitzig, intellektuell und allgemein verständlich zugleich? Die hohe Kunst und den tiefen Sinn. Früher gab es Wehner, Strauß und Brandt, und heute müssen sich die Kandidaten im TV-Duell fragen lassen, ob sie sonntags einen Gottesdienst besucht haben. Man möchte sich abwenden, weggucken. Aber ehrlich, was sehen wir, wenn wir an diesem Sonntagmorgen beim Zähneputzen in den Spiegel schauen? Charisma, Feuer, Leidenschaft? Wie viel Brandt steckt in ihnen? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viele Minuten am Tag verwenden sie auf gesellschaftspolitische Visionen, auf die Digitalisierung und das Kooperationsverbot? Oder geht's nicht doch um die Hausaufgaben der Kinder, den Knatsch mit der übergriffigen Schwiegermutter, den Zauf mit den Nachbarn? Und dann? Grazie. Vielen Dank.